Wo ich einfach mal sage, ihr seht so gut aus. Ihr seht wirklich gut aus. Es ist sehr, sehr schön hier zu sein. Es ist ein wunderbarer Tourauftakt. Es fühlt sich einfach gut an. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Nächstes Stück ist etwas ruhiger, um einfach mal ein bisschen runterzukommen. Ein bisschen ruhiger werden und danach wieder vollkommen. Nächstes Stück. Vielen recht, herzlichen Dank für die Hoffnung, die ein Schottkalt heißt. Zum Glück hin.